So, willkommen zurück zu Green Project, ja, ich bin gerade dabei zuzuschauen, wie die Bohnen wachsen, denn unser Hühnerfutter ist alle und außerdem haben wir auch selber Hunger. Ich brauche weiße Pilze, die sind essbar, das ist lecker. Noch mal am Feld schauen, ich weiß nicht mehr, ob ich da auch Wohnen hatte. Oh, die sehen schon ein bisschen weiter aus. Trümachen? Nee. Aber der Mais. Das ist ein bisschen weiter aus. Das ist ein bisschen weiter aus. Vielleicht noch mal ein Käfer jagen komm Katze wo bist du lecker Käfer am Spieß oder Eichhörnchen sehr gute Katze fantastische Katze hier oben zwei Eichhörnchen Okay unser Essen ist gesichert Habt nach Hause Blaue Blumen überall Tönt es durch die Lüfte freier Fall Die Schweine haben Futter ohne Ente die Hühner Sind noch nicht verhungert Gut Komm komm wohnen Ähm Pilze Eidechsenhaut Da 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 Käfer Passt, passt, passt Ich habe keine Ahnung was ich gerade sammle Wir brauchen was zu trinken Essen 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 Habe ich noch Bohnensamen Steckrüben jede Menge Zange Okay machen wir weiter ich wollte Kompost auf Verpässe Hopp Zange Kompostor, Nägel, Landwirtschaft. Wo seid ihr da drüben? Und der Hammer. So, zwei tolle Kompostor. Trinken. So, mehr zubereiten. Ein Kompostor, zwei tolle Kompostor. Jetzt. Wir haben immer noch großen Hunger. Vier Tage, fünf Tage. So, die Nägel können weg. Das weg. Zange weg. Nägel weg. Hammer. Ja, ein paar Nägel. Kaffeebohnen. Das kann trocknen. Warum habe ich ein Ei gesammelt? Mutantenpilz. So, weg damit. Ja, jetzt noch ein Mais. Da ist, da ist Wein. Wilder Wein. Okay, dann kommt der bei uns in die Samenmaschine. Okay, jetzt kann ich noch. Käfer. Oh, Thymian. So, wir müssen demnächst auch mal wieder ein bisschen Tee kochen. So, erstmal hier rein. Wie sieht es aus? Elf Ratten 26. Moment, wie viel Platz habe ich gerade in meiner Tasche? Da sind viel zu viele Hühner. Kein Wunder, warum uns das Essen ausgeht. Die Schweine sehen alle mobil aus. Weiß. Weißes Huhn. Weißes Huhn. Du hast gerade gefressen. So, 16 Hühner. Sind die mir irgendwo ausgebrochen? Oder? Ich habe nicht genügend Platz. Okay. Okay. Dann die Hühner mal kurz zur Schlachtbank. Essen. Nachwun, nachwun. Oh Gott, ich habe ein totes Huhn gegessen. Nein, ne Güte. Oh Gott, äh, ich brauche schnell, schnell den Mörser. Mörser, Mörser, Mörser. Oh Gott, weg, Mörser, Thymian. Schnell. Dann können wir in der Zeit weiter schlachten. Essen. Oh Mann. Ja, ein Tee ist fertig. Schnell noch einkochen. Hopp, hopp, hopp. Essen. Das scheint nochmal gut gegangen zu sein. Die machen bei toten Hühnern echt Unterschiede zwischen Waisen und... Okay. So, nochmal... ...was trinken. ...weinbären... ...äh, Weintrauben. So. Einmal ein weißes... ...und ein paar braune. Ähm, es... ...essen. ...w\'له w\'e0w\'e0'\'e0utos\'e0... Essen. Eintrauben da rein, kommt ihr blöden Bohnen, was ist mit euch? Wie viel Platz haben wir im Inventar? Ne, wir machen das nicht hier. Das ist die Blumenwiese am Haus. Lassen wir in Frieden. Die war zwar auch am Haus, aber... Ähm, hier ist nicht so viel. Ahem. Ahem. So. Jetzt noch blaue, um Laternen zu bauen. So. Und. Die Ausgabe ist schon echt gemein. So. So. Wie viel? Okay. Die Käfer sollten reichen. So. Wir haben ein wenig Durst. Ich darf das schon mal rein. Da da. Das eine Feld habe ich echt viel zu weit weg gebaut. So. 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 Da sind sie doch. Nägel, Holz. Okay. Nägel und Holz. Ich glaube langsam geht mein Holz zu Neige. Holz, Nägel, Käfer. Das hier dr 감ze ich. Was ist Tja Philip? Meine Frau . Was ist gerade passiert? Habe ich das getrunken? Komm, noch einmal Thymian Tee, dann hier Bienen, hier kochen wir das, dann mal schnell schlafen, da essen wir aber vorher noch was, trinken noch was und beenden die Folge. Oh, und ich sehe hier fehlt Holz. So, dann sage ich mal Tschüss, Ciao, Bye Bye, bis zum nächsten Mal.